Oh Hey GeinIC, was geht ab, wie zocken wieder CSGO und mit uns meine ich Nemo und ich, hallo! Heute sind wir auf lake und zwar machen wir paar kills mit der swagalicious 7. Und wie viele? Ähm, was ist denn die gute Frage? Ich glaube es waren 30. Es sind 30. Was machst du hier, Randale? Ich schwör dir, die Türen sind andersrum aufgegangen. Die nach da, die nach da. Was ist falsch? Wir sind schon da unten. Vladimir! Oh Gott! Die haben wieder Deagles. Great. Ich bin doch noch da. Keine Angst. Drei Gegner. Zwei. Das wär zu cool gewesen. Ich schwebe. Ich hänge in der Decke. Das ist alles weiß. Geht's dir gut? Hast du irgendwas Falsches gegessen? Jetzt geht's wieder. Ja, das sind immer Nachwirkungen nach einer harten Partynacht. Leute, nehmt euch zu Herzen. Geht nicht so viel feiern. Geht lieber zocken. Das sagen sie alle, die Verräters. Ah, sie sind wieder da unten. Und ich bin wieder hey. Aber hey, gut läuft's. Gut läuft's. Die haben auch Falsches, ja. Diegel. Okay. Gut, einer noch. Ich höre keine Milizierung mehr. Oh, schade. Ah, da hinten kommen sie. Ich könnte sie mal anfregen. Tu das. Dick. Boom, hab ich verkeckt, ey. Aber einen mitgenommen. Die kommen hier hoch zur Tür wahrscheinlich. Ah, ich hab wieder 18 Leben. Eben. Nein. Irgendwie ist mein Vorhaben gar nicht gut. Gar nicht. Hier, Schweine. Hallo. Da waren zwei. BDF. Kamen einfach die Zeugen Jehovas rein. Wir brauchen einen besseren Plan, Mann. Wir brauchen erstmal zwei Swag Sevens. Hab ein paar angefragt. Einen. Und ich hab dir hinter die Tür aufgemacht. Ich hab die hinter dir doch nicht. Ne, nehm die. Oh, ich hab dir so einen S gerettet. Da ist noch einer draußen. Zwei. Fünf Kugeln hat das Ding nur, ne? Ja, gut für uns. Ja. Die haben noch nie einen perfekten Platz gefunden, ne? WTF. Hinter dir. Oh. Das war so schön an der Tür. Ich wollte nicht weg. Dann heißt die... Dann heißt diese Folge Doorbuster. Bei dir ganz viele. Hinten beim Turm durch die große Tür. Durch die Doppeltür. Warte, ich muss nachladen. Bitch. Wie werden wir in der Höhe rennen? Die Tür an! Das ist wirklich... Ja. Was hat denn das für ein verkrüppelter Morgs? Aber hey, wir haben zwei von 30. Machen wir wieder Tür. Spaß. Ja. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Geil, zwei gleichzeitig. Andere Tür. Ach so, die Tür. Gut geregelt. Ich bin schon da. Nachladen. Äh. Ich geh noch. Einige Next Round. Will lower on difficulty. 23. Hier liegt ein Dings, ne? Kauf dir keine Nei. Jesus fucking Christ. Du musst früher deine Sätze beenden, Junge. Ah, sie schießen schon auf uns. Pas auf. Ich will nichts sagen, aber es ist unkannend! Nein! Geh rein ins Haus! Geh rein! Komm! Tür zu! We don't want you fuckers around! Ah! Veranda, glaube ich, hinten. Warum sind da so viele? Ah! Tod. Warum hat der noch ne Tige? Alle schießen mit irgendeinem Scheiß rum und der hat noch ne Tige! Weht ihr? Perpenada! Wow! At least they got a knife. Immerhin, at least habt ihr null Chancen, das hier zu gewinnen. Ja. Nächstes 5 Uhr. Ja, ich bin am Arsch. Ich hab 11 HP. Der eine stuckt in der Tür. Geil. Lass ihn stucken. Geil, guck's dir an! Ja, gesehen. Der war voll stark, Mann! Hanna läuft rum. Hanna ist in der Garage hinten, die laufen ganz weit rum. Die kommen bestimmt gleich hier hoch. Ich bin Sport noch! Ah, hier! Oh mein Gott, Juggernaut. Ab wann kam er? Ab 15 oder so. Die sind schon mal bis 15 gekommen? Was? In welchem Spiel bist du grad? Oh, sie sind schon drin, pass auf. Einer ist hinter dir. What? Ich dachte grad, das bist du! Nee. Noch einer drin. Aufm Plant. Zum Glück schießt die so toll oft. Scheiß Waffe. Turm! Gut, danke. Veranda. Was ist? Okay. Zwei. Einer auf Plant, zwei auf Plant. Zum Glück seh ich was. Der eine ist runtergesprungen. Pass auf die Treppe auf, links. Treppe. Zu weit links. Genau da. Ja. Da ist der. Warte. Oh. Was? Oh. Hast du Angst? Ah! 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 Ah-hah-hah-ha-ha-ha-h-ha-ha. Mach doch, pass auf, die Treppe auf! Sie läuft zur Treppe. Ich war auch grad am Schießen, aber ich war schon tot! Laber nicht! Es kommt wieder am Anfang vom Video... Dieser Jump-Scare, oder was es war. Ah-h-h-h-h-h. ich glaube sie sind schon rumgelaufen wenn ich treffe da ist doch einer in dem türmchen 102 ich finde das nicht schlimm die sind echt schlecht scheiße immer die türen zu oder so wieder nach oben das war glaube ich recht gut dann kann ich auf die droppen ah ist er denn die sehen mich schon vorher haben die ein brain pass auf jürgen das bist du oder du bist noch nicht tot also ja einer noch einer ist hier an der veranda irgendwann laufen zum turm oder ja nice danke einer noch ne zwei gut einer glaube ich auf der veranda wo du immer aufpasst ne ist außen noch ja er hat mich gekriegt hä was ist los warum kommen die nicht also die bitches sind geht er weg oh nein klatsch man ein schuss der ging daneben so eine rotze pimmelkacka so jetzt haben wir eine reale chance oder sogar eine reale könnte man sagen sie stacken wieder glaube ich ah nein sie haben meine tür kaputt gemacht okay wir sind ausgerastet ich habe keine munition hinter dir übrigens ich muss nachladen hier geht's ab leute julia wir dürfen nur mit der swag 7 töten habe ich sonst haben wir verkackt ja du wolltest nur gesagt haben okay ja weil bald kommt dann der juggernaut aber den müssen wir mit was anderes töten ich glaube wir haben jetzt so oft verkackt da kommt kein juggernaut mehr also bei den leuten streichen wir besser hier auf die tür nein läuft bei uns guck mal die haben meine tür kaputt gemacht die können doch nicht denken was pass auf ich pass auf ja ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung was ich hier getrieben habe aber okay die tür muss zu sein das kennen wir doch aus einem anderen part ich glaube sie laufen ganz weit rum ja ne sie kommt juggernaut sie sie kommen bitte pass auf rechts ist der juggernaut von dir hinter dir er plantet oder so hat er hat er hat er in your fucking face bitch Will noch einer? Einer ist noch hinten beim Bagger. Gut, 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 gut. Oh, gut. Fünf People machen wir noch. Und was für ein Juggernaut? Komm. Hat doch gut geklappt gerade. War auch total sauber und total geplant und nicht Glück. Kommt ran hier, Muschis. Danke. Hinter uns. Shit. Scheiße. Hinter dir. Komm nachgepusht. Einer ist bei der Treppe, auf die du aufgepasst hast. Mit einer Diegel. Lad nach, nachdem du ihn erschossen hast. Schnell. Scheiße, hilf mir. Wo ist der andere? Pst. Rechts. Hätte er jetzt mit der Shotgun im Kopfschuss in die Fresse geschossen. Leute, heute haben wir mal wieder gelernt, dass wir keine Wahrungsfotagonauts haben müssen. Because the fucking easy. Die sind super easy. Ausnahmsweise mal. Ich glaube, das war ein lackes Fuck. Lackes Fuck. Bis zur nächsten Runde. Hau rein, Leute. Tschau. 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 Tau. 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 Bis zum nächsten Mal.